Untertitelung des ZDF für funk, 2017 War gut wie immer, Tom. Macht ihr einen schönen Abend. Leute, wir schließen jetzt. Kaffee. Tut mir leid, wir schließen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich sehr gut. Halt die Klappe! Wir haben nicht viel in der Kasse. Wehe, du bewegst dich. Mach sich halt! Die wollten uns töten. Er hat uns das Leben gerettet. Hallo, mein Held. Der Familienvater Tom Stoll ist ein angesehenes Mitglied seiner Gemeinde. Für diese Gemeinde, die voll und ganz hinter ihm steht, ist er ein Held. Gut gemacht, Tommy. Toll, schon wieder Reporter. Die sehen nicht aus wie Reporter. Sie sind der große Held? Ich rede nicht gern darüber, Sir. Du hast es den beiden Halunken gezeigt. Joey. Mein Name ist Tom. Nicht Joey. Was du nicht sagst. Sarah? Sarah! Meine Tochter, wo ist sie? Was ist hier los, Dad? Die dachten, ich sei jemand anders und sie würden mich kennen. Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Stoll. Ich hab auf Sie geachtet. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ist mir auch egal. Das sollte Ihnen aber nicht egal sein, denn was ich will, könnte Ihr Leben verändern. Fragen Sie doch Tom. Fragen Sie ihn, warum er so gut darin ist, Leute umzubringen. Sag mir die Wahrheit. Wer bist du? Sag mir die Wahrheit. Sie dém단isch. Schnell.